Eine marine Hitzewelle überzieht die Küsten der britischen Inseln und bereitet den Meteorologen, die das Phänomen genau beobachten, große Sorgen. Experten zufolge ist die Sonneneinstrahlung in der Region aufgrund des Klimawandels, des Rückgangs des Sahara-Staubs und des arktischen Eises in diesem Jahr intensiver. Wie auf dieser Wärmekarte zu sehen ist, betrifft der Temperaturanstieg die gesamte Ostküste des Atlantiks. Diese Erwärmung kann zu extremen Wetterereignissen führen. Die globalen Meeresoberflächentemperaturen waren im April und Mai die höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Es wird erwartet, dass sie aufgrund der Erwärmung des tropischen Pazifiks durch El Niño weiterhin Rekorde brechen werden.